Was für ein spannendes Finale, die verdient im Nebstag Halbzeit Rückstand, der deutsche Rekordsmeister, zum fünften Mal in einem Champions League Finale. Und jetzt stehen sie ganz, ganz hoch. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, die Weltstabilität! Und jetzt stehen sie ganz, ganz hoch. Wir begrüßen Sie für die Hübergare für den deutschen König dieser Champions League. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Max von den II, der Head of Global Marketing Team Sport of Adidas. And he has the trophy for the North Orange. With unbelievable $119 in one Champions League season, Ladies and Gentlemen, the top scorer is playing the HVP with number 39. Und jetzt ist es ein Witz, der die Weltstabilität! Und jetzt ist es ein Witz! 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 Gordian DHS-Präsident und Mitglied der DHS-Präsidentin General. Und jetzt, meine Damen und Herren, ein Moment, ein kleiner Moment von Historie. Dies sind die golden Balls für den Champions League-Champion 2010, die HWP. Gordian DHS-Präsidentin General. 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 Applaus Die Stühle voll mal leise, und wir holen den Tiefenloid, und wir holen den Tiefenloid, jetzt geht's los! Und wir holen den Tiefenloid, und wir holen den Tiefenloid! Und wir holen den Tiefenloid, und wir holen den Tiefenloid! Und wir holen den Tiefenloid, 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 und wir hol We are the champions. We are the champions. No time for losers. We are the champions. 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 We are champions. No time for losers. But we are the champions. Es ist ein Bruder! Vielen Dank. Applaus